Moin ja Leute, willkommen zu einem neuen Video von heute mit einem ganz besonderen Whisky und zwar Bunna Heben und zwar Peche Eel Edition mal wieder 20, 21 Genau, sieben Jahre alt, 59,5% Whisky Bacer, die findet ihr unten in der Videobeschreibung und der hat über 5000 Flaschen im Release, 85 Pfund, teuer ist die Flasche so, denkst du, wird kein Satz draus, ne? Und wir checken jetzt, ob das ein Barrel Beast ist Ja, ich bin sehr gespannt, lass erst mal drehen, wir einen schlechten Partner Das stimmt, das stimmt, das stimmt Ich hoffe du, weil ich glaube, ich habe es noch nie rausblicken lassen, aber Bunna ist echt mein Ding Nimm mal dieses Gläschen wenigstens hoch, wenn du hier schon nichts Ready, ready, ready Das ist so eng Das war nix Eigentlich habe ich es verdient, ne? Ja Aber du bist es möglich Ne, komm So eine Marktmanipulation hier Du kannst ja nächstes Mal drehen Ne, ich habe echt schlechte Laune Ja Richtig schlechte Laune in der Bänke Also da riechst du auf jeden Fall schon mal richtig scheiße Nicht der Whisky, sondern mein Video-Dreh-Partner heute Oh, geiles Zeug Also Nase ist brutal Man will nichts anderes mehr riechen, ja? Also es ist ja immer noch die Maskenzeit Zumindest die letzten Monate gewesen Ich habe nur zwei Nasen genommen und ich weiß jetzt schon, dass da eine Neune vorne stehen wird Ist so, bei der Nase Brutal Ich warte erstmal noch ab Aber Also das hier Würdig, torfig, süß Geil, ey Die Kombo ist brutal Ich bin noch nicht fertig Als grauenerfrischer Duft gäbe, dann würde ich mir das holen Wirklich, sofort Ich finde, das ist wirklich Nicht zu aufdringlich Ja, es ist jetzt nicht die Torfgranate vom Herrn Ja, es ist geil Es ist richtig schön Nicht unterschwellig, schon mehr als das Richtig schön torfig Richtig angenehm süßlich Und der ist leicht säuerlich Geil Also wir werden noch einen anderen haben Der wird noch released Da bin ich mal gespannt Aber Der hat 19 Jahre Und der hat jetzt nur Ja Und der hat nur 7 Und ich finde, wie der Alkohol hier einfach nicht durchkommt Das ist merkenswert Übrigens Natürlich heute Für die, die es nicht wissen oder die es nicht gemerkt haben Heute ist Bunna Fischiel Day natürlich Und den zelebrieren wir natürlich mit so einer schönen Flasche Ja Also Der andere ist Mit 19 Jahren natürlich noch ein bisschen älter Aber wir versprechen uns hiervon ein bisschen mehr Bordeaux Finish Ich verspreche mir von dem Marsala schon ein ordentliches Brett Naja Warten wir mal ab Ich Also Ich finde Bordeaux einfach Also so Wein-Finish Das finde ich immer sehr, sehr spannend Also Klar Marsala ist auch Der andere war ja, glaube ich, komplett drin Das hier ist ein Finish Ja, stimmt Das stimmt Insofern Ja, und Torf Ist es einfach Also die Nase macht richtig Bock da drauf Ich sehe mich da einfach drin bestätigt Dass Bunna ein heftiges Brett ist einfach Selbst auf Eiler Und du bist für den negativen Part heute zu zahlen Oder wie Also besonders negativ aufgefallen bist du mir ein bisschen Aber mehr kannst du auch noch nicht hervorheben Ne, am Whisky kann ich wenig finden Ja komm Dann würde ich mal sagen Ich finde so die herben Noten fehlen bisher Wenn ich was dran aussetzen müsste Also bei Ansonsten hat man auch recht oft Bitternoten beim Wein-Finish Aber hier nicht Habe ich hier einfach nicht Ja, es ist ungewöhnlich Aber Wir tasten ihn mal, ne? Ja Slunche Sieben Jahre Der Torf ist noch nicht raus aus dem Fass Ich muss leider mal einmal was sagen Was ich nicht so häufig sage Aber Voila Der ist brutal Alter Schwede Also ich finde Der Geschmack Extrem angenehm Nicht zu heftig Im Abgang erwischt er mich ganz schön hart Auch relativ alkoholisch Ganz schön viel Jod, finde ich Das habe ich sonst eher bei so La Freude Da gesellt sich zu dieser Rauchigkeit Die er extrem hat Auch so ein Apotheken-Faktor Ja, das stimmt Hätte ich nicht gedacht Aber Stört nicht Also ich finde das passt da ganz gut zu Und ansonsten extrem viel Süße Ich finde Geil Leicht angekokelte Datteln im Speckmantel Wirklich Datteln im Speckmantel ist es, ne? Nur, dass es so ein bisschen angebrannt ist War ein Tick zu lang eigentlich Irgendwie auf dem Grill Das sind dann diese Bitternoten, ne? Also da ist wirklich ganz schön viel Bitterkeit Dann doch wieder bei Im Geruch findet man das überhaupt nicht Aber was ich ganz klar sagen muss Der erste Schluck ist erstmal so torfmäßig erschlagend Und dann habe ich gerade nochmal so ein bisschen geschmatzt Als ich runtergeschluckt hatte Einfach, dass du dann sehr viel Speichel vermischt hast mit diesem Alkohol Und dann muss ich einfach sagen War das überragend Richtig geil Also der erste Schluck So in seiner puren Stärke Ist schon erstmal sehr Heftig in dem Sinne Aber nicht im negativen Sinne Aber einfach sehr erschlagend Was den Torf angeht Und dann wenn man das so ein bisschen verdünnt hat Boah Hammer Es ist einfach Wenn man Zuckerwatte In einem Glas Wein auflöst Und das dann in Bacon einwickelt Und das dann auf den Grill wirft Das ist es einfach Also eine richtig geile Mischung Ich muss sagen Das Hatte ich so bisher auch noch nicht Es ist echt ein Brett Also diese Mischung Bordeaux-Finish Torf Geht hier so unfassbar gut auf Und wie viel Prozent hat der? 59 59,5 39 wäre gut Kein Whisky mehr Aber 59 hätte ich nicht vermutet Wobei im ersten Antritt Nicht im Geschmack Sondern im Finish hat er mich schon erwischt Das war schon echt heftig und herb Aber jetzt Passt es extrem gut zueinander Also ich finde Was man sagen muss Das spiegelt sich jetzt gerade schon So ein bisschen mit dem wieder Was ich gesagt habe Der erste Schluck Wenn man den so nimmt Dann könnte man fast die Meinung haben Der Whisky ist relativ eindimensional Sehr torfähig Und dann ist gut So ein bisschen halt So diese Citrus-Seenoten Die da ein bisschen mitschwingen Aber man muss echt sagen Der gewinnt trotzdem mit der Zeit noch So krass Ich finde das so heftig Weil Der ist sieben Jahre alt Und für einen Schotten Bringt er da so viel Gerade an PS auf die Straße Ich bin sehr überrascht Also Ich auch Sehr überrascht Habe ich nicht mit gerechnet Ich auch nicht 85 Pfund Heißt Ja mit Fasan Pipapo Hier nach Deutschland Ist man glaube ich Auf jeden Fall mit 100 Euro dabei Ich finde das ist er wert Absolut Ich meine Bordeaux-Finishes Das hat man jetzt auch nicht so oft Ja Und das hier ist wirklich mein Vertreter Wenn man die findet Dann sind die auch oftmals Relativ preisintensiv Ich denke jetzt mal Cavallan Hier diesen Solist Der war ja arschteuer War Alt Natürlich War Ich bin mir nicht mehr sicher Ob es ein Finish oder komplett drin war Aber Locker Mehr als doppelt so teuer Wie der hier Und Deutlich schlechter Ja Aber man muss auch Also ne Nichts gegen die Solisten In dem Sinne Ich habe da auch trotzdem Viel Positives gehört Aber der speziell Den wir da hatten Der war natürlich Müll Aber Alter Schwede Ey Und das ist Ich Also Bunner Ich habe es ja auch schon mal In irgendeinem Video erzählt Oder wir beide Wir haben uns da Beim letzten Bei der letzten Schottland Tour Verliebt Ich Ich Mann Genau Offiziell Jetzt Die Story Der ist nicht so witzig zu tun Outing Coming out Nein Aber Ey Die Jungs Da haben wir einfach was drauf Geil Das Merkt man immer mal so wieder An Besonderen Abfüllungen Ja Das hat man auch bei Was war das Dieses Sautern Finish Ja Das ist auch relativ Schwer umzusetzen Wenn es gut werden soll Ich finde es beim Rotwein Ähnlich Schwierig Denn das Kippt Relativ fix um Wird dann zu bitter Zu viel Ja Tannine Muss man wirklich so sagen Im Geschmack Und Das haben die so geil gemacht Hammer Ich habe zwei Tasting Notes Die ich raushauen will Weil die dritte habe ich schon Vergessen Es gibt diesen Da hatten wir das Auch schon mal Von Diesem Eistee Diese Tetra Pax Mit grüner Tee Und was weiß ich Da gibt es den weißen Und dann gibt es so einen gelben Das habe ich hier gerade in der Nase Und Weintraube Also das ist so Kommt jetzt ein bisschen noch so durch Weintraube ist aber überraschend beim Bordeaux Finish Da hast du mich mit erwischt Weil das ist mal wirklich weintraubig Also Ich finde das schmeckt ganz schön nach Whisky Ich kann auch gleich alleine die Idee drehen Ne aber Also ich Ich überlege halt gerade Ob es Ein großes Potential Auf dem Biest hat Oder nicht Für mich Aber ich würde sagen Wir benoten den einfach mal Soll ich anfangen? Gerne Also Ich habe das ja schon gesagt Im Geschmack Wirkt er erstmal sehr eindimensional Wenn man ihm ein bisschen Den Mund damit spielt Und so weiter Ein bisschen Zeit gibt Dann kommen da noch ein paar Notes durch Im Abgang Ist er Gut Aber ist auch jetzt nicht irgendwie Dass er so Das Highlight hoch 10 ist im Abgang Das muss man dazu sagen Die Nase Habe ich ja gesagt Und da bleibe ich bei Safe Über 90 Punkte Da muss ich ihn wirklich mal gut bewerten Weil ja Ich weiß nicht was man da sonst noch rauskitzeln will Für 7 Jahre Das muss man einfach mal sagen Deswegen Ich fange heute mal Und das ist eine Überraschung Ja Weil ich muss das machen Ich fange von vorne an Ja Mit der Nase Sanft ins Gericht gegangen Sanft ins Gericht gegangen 92 Punkte Im Geschmack Gehen wir ein bisschen runter Aber ich gebe ihm auch Ey der schmeckt Ich bin natürlich auch ein Torfreund Aber er schmeckt mir einfach gut 88,5 eigentlich Aber Sanft ins Gericht gegangen 89 Und im Abgang Da lässt er ein bisschen federn Da ist das schon fast Das geile ist Der Geschmack beschäftigt mich so sehr Dass ich den Abgang kaum mitkriege Und deswegen Ja Ist nichts Schlechtes 84 Also in der Nase Finde ich ihn auch sehr sehr gut Die Nase ist brutal Nicht so ultra komplex Gebe ich ihm eine 89 Im Geschmack Gehe ich entspannt mit ihm ins Gericht Da gebe ich ihm nämlich eine 91 Also ich finde den Geschmack Wirklich absolut geil Am Abgang finde ich ihn aber Auch jetzt beim dritten Vierten Schluck Manchmal erwischt er mich einfach Dass dann doch zu sehr Alkohol durchkommt Da gebe ich ihm deshalb Er entfaltet sich dann auch nicht mehr richtig Auch jetzt beim dritten Vierten Mal Kommt nichts Besonderes Mehr durch Zu entdecken Gebe ich ihm eine 84 So und jetzt kommt die Frage Wir sind auf Eila Wir haben einen schottischen Whisky Er ist sieben Jahre alt Preis mal drauf geschissen Darum geht es jetzt nicht Sieben Jahre Und er bringt das hier gerade ins Glas Ich bin auch hart am Überlegen Aber Der Abgang ist das Einzige Was mich so ein bisschen stört An der Geschichte Ansonsten würde ich sofort sagen Das ist ein Barrowbeast Aber ich wüsste jetzt auch nicht Ja doch Also es gibt natürlich Bretter Wenn du jetzt einfach mal einen Vergleich ziehst Zu dem Dem Iren zum Beispiel Den wir als Barrowbeast gezogen haben Oder dem Palo Cortado Ja Der auch sehr komplex war Aber ich finde den Ich bin echt am Überlegen Ich finde den sogar glaube ich Geiler als den Palo Cortado Ach hör auf Der ist nicht ganz so komplex Ja Aber er trifft mein Geschmacksprofil Ja das ist es halt Der schmeckt einfach Uns beiden richtig geil Ey Und man muss auch sagen Das ist so ein wildes geiles Ding Ja Sieben Jahre Ich mach es jetzt schwer Bordeaux Finish Ich finde es richtig geil Ich sage jetzt Ich würde ihn zum Barrowbeast kühren Ja ist okay Bist dabei Ciao Oh Aber da habe ich nicht gerechnet Das war die schwerste Entscheidung meines Lebens Ja heftig Also Man muss das auch mal in Relation setzen Ja Also ich wüsste nicht Wie man aus sieben Jahren In Schottland In Schottland Ja in Schottland Klar Wir haben jetzt keinen Israeli hier drin Ja Nichts deutsches oder sowas Schneller reibt Auf dem Berg irgendwo gelagert Finde ich einfach enorm stark Ja Man kann da nicht mehr draus machen Wenn du guckst Einfach als Beispiel Ja Ist das nicht von Lagavulin Dieser Junge Ich bin gerade überlegen Der Acht Jahre Acht Jahre Dann gibt es von Artbeck Den Fünfjährigen Oder was auch immer Achso Den Tenner auch Das ist alles im Verhältnis Also da sind Welten zwischen Also meine Geschmackswelten Einfach so Das ist themageil Wo ich noch dran denken musste Dieser Kircherin 8 Ja Diese Cherrybombe Ja Der holt ähnlich viel Aus so kurzer Zeit heraus Ist aber Nicht torfig natürlich Im Wesentlichen Ja Und auch nicht so komplex Finde ich wie der hier Und der hat noch ein Jahr weniger gehabt Also klar Das Das ist irre Was der gemacht hat Also Von der Komplexität Weiß ich jetzt nicht Ob ich das so eins zu eins Unterschreiben würde Mit dem K.U. Karen Mit dem Vergleich Aber trotzdem Ich bin da Also Der ist einfach Megastimmig Bei dem K.U. Karen Das muss man halt Auch mögen Aber das ist hier für mich Ist es ein Barrowies Punkt Also so ein geiles Bordeaux Finish Ja In so einem wilden Jungen Whisky unterzubringen Mit 59,5% Ja das stimmt 59,5% Das ist irre Geil Und die schmeckt man nicht Ja Chapeau Bonner Ey ganz ehrlich Brett Gern mehr davon Ich bin gespannt auf den Masala Könnt ihr auch sein Wird also Masala Finish Fischil Seid gespannt Ich hoffe der wird genauso geil Wir hoffen das hat euch gefreut Hier zuzuschauen Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen Endlich mal wieder ein Barrowies Neues Bies Ja Auf jeden Fall Vergesst nicht zu abonnieren Und bis zum nächsten Mal Bis dann Ciao Ciao Bis dann Bis dann Bis dann Bis dann Bis dann Vielen Dank.